Aldemar HD Toll Feuer öffnen, macht die Zombies tot! Hey Leute, hier ist Aldemar mit Day of Billions. Just in time fertig, sehr schön. Es geht los und weiter. Wir sind dabei jetzt endlich Eisen abzubauen. Steinbruch Eisen, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Immerhin, wir haben ein bisschen Eisen gefunden. Oh Gott sei Dank, ein wenig Eisen. Hier war bestimmt auch noch irgendwo was. Aber das ist jetzt egal. Also wir brauchen jetzt mal Farmen, Häuser und viele Einheiten und viele Häuser. Wir brauchen tausend Leute. Deswegen graden wir jetzt erstmal die ganzen Häuser immer ab. Weil die Geld bringen. Geld bringt uns Geld. Und Geld bringt uns noch mehr Geld. Und Truppen. Truppen mit Geld. Truppige Geldige. Oh. Oh. So, drauf ist mir egal. So. Da haben wir eine Balliste, da haben wir eine Balliste. Da haben wir Truppen, da sind Ballisten. Das sieht alles gut aus. Ganz viele Häuser upgraden bis der Zug wieder da ist. Wir brauchen bestimmt gleich wieder Strom. Waren wir denn jetzt schon mal? Ich muss unbedingt die Mühle upgraden. Oder auf den nächsten Strom gehen. Ich muss auf jeden Fall beeilen. Ich muss diesen, diesen Zombie töten. Ich frage mich halt wie hart er ist. So. Jetzt braucht er jetzt auch Geld. Boah, guck mal. Wir haben nicht mehr so viel. Wo ist denn unser Strom? Drei... Verbraucht und verfügbar. Okay, warte mal. Warte mal. Warte hier. Dass der nächste Zug kommt. Das nehmen wir mal zu bauen. Und wir können mal hier kurz gucken gehen, ja? Tönen mal ein paar Zombies. Ist das... Oh, das ist Geld. Guck mal. Oh! Das ist natürlich super. Dann macht die mal schön frei. Oh, das ist auch noch ein Durchgang. Das ist nicht gut. Ach, Blödsinn. Ich geh trotzdem mal gucken. Ach so, soll's. Jo, ich seh's. Oh Gott, geh weg von dem Zombie. Bisschen zu früh. Ich hab hier ein bisschen zu viele Tesla-Dinger hingebaut, aber egal. So soll es sehen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier abbauen. Vielleicht bauen wir nur... Können wir hier irgendwas in Reichweite bauen? Naja. Toll, so viel dazu. Die Balliste? Na? Na? Na, 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 na. Kann ich das irgendwo mitten rein knallen? Ich kann das auch hier hin knallen. Obwohl, ne, ist nicht so gut. Ich brauche jetzt schon mal zwei. Gold. Es fehlt immer Gold. Gold. Jetzt müssen wir das wieder neu bauen. Vielleicht bauen wir das nur auf. Und immer wieder. Ja. Ohne Mauer. Sollte ja nicht so teuer sein. Wie viele Tage habe ich denn Zeit? So, gucken wir mal gerade. 70 Tage. Wir sind bei Tag 39. Die kommen... Okay. Okay, okay. Es gab noch keine Wellen. Das wundert mich. Aber ich wollte es ja nicht heuer aufbeschwören. Deswegen, ich habe... Überhaupt gar nicht davon gesprochen. Es war überhaupt gar nicht Thema. Komm schon. Wir bauen vielleicht doch hier eine Mauer, hm? Wir bauen das hier schön. Wir sind wieder so... 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 Ne, hier ist schön hier, ne? Hier. Hier. Oder wir machen so... Einen hier. So. Das müsste gehen. So, so. Und so. So. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Dort nur 10 Jahre. Mal direkt noch so einen Obelisken. Einen Obelisken! Ja, so nenne ich es. Unfassbar. Also hier. Und einen hierhin. Da haben wir noch ein bisschen mehr Plus. Können wir jetzt mal hier die kleinen Scheiße aufwerten. Der Lappen hier nicht mehr in den Häusern wohnen müsst. Lappen. Lappen. Lappen wird allmählich zum Begriff für Zuschauer, ja? Also viele haben ja die Army oder die, äh... Jeder hat einen Begriff, wie Zuschauer genannt werden. Oder wie sich die Zuschauer selbst definieren. Und Lappen setzt sich allmählich bei euch durch, habe ich gemerkt. Ähm... Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Nicht wirklich. Also, ihr Lappen. Naja. Ich werde es nicht euch auf die Nase binden, aber... Das ist momentan schon ein bisschen... Das ist ganz lustig. Also. Fällt euch das Let's Play, ihr Lappen? Ihr seid meine Lappen. Ihr seid die besten Lappen. Oder Bippos. Aber Lappen ist super. So. Du wirst dran glauben müssen. Habe ich eigentlich schon gesagt, hallo, willkommen bei Day of Billions? Oder habe ich einfach gesagt, so, weiter, äh... Ist egal. Verwirrung. Okay. Pass auf, wir machen wir... So. Das müsste reichen, oder? Wir könnten aber auch schon... Was soll's? Okay, warte mal. Erstmal alle wieder hier. Äh... So. Wir brauchen 1000. Die haben wir jetzt... Bald. Vielleicht. Und dann müssen wir den Sack da töten. Da werde ich hier irgendwo am besten hier durch. Jetzt erstmal da runter. Ist das all so boring? Tun wir hier noch einen hin? Nein. Nee, halt. Jetzt brauchen wir Soldaten. Oh, jetzt haben wir ein gutes Einkommen hier. Genug mit... Bogenschützinnen. Machen wir hier nämlich mehrere Linien mit... Okay. Oh, oh. Schießen, 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 Leute. Fuuuuck! Komm, wir wollen direkt wieder einen? Attention. Building completed. Das sind immer nur Gold. Mann, sind die teuer. Ja, ihr schafft die paar Zombies hier bestimmt, oder? Kann ich hier angeln? Nee, ich wollte es mal ausprobieren. Dann haben wir es jetzt. So, da wird Gold geerntet. 739. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Saß auf dem Baum jetzt mal hier unsere Verteidigungswelle. Aber auch eine für Gold. Meine Güte. Können auch noch ein paar Zelte einfach bauen, aber... So geht's doch auch ganz gut. Oh mein Gott. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die 1000 voll. Dann schaffen das vielleicht noch diese Folge. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Wir brauchen Silo. Attention. Building completed. Ich hab mir ne, ähm... ...Konnektion von Command & Conquer geholt. Ich guck mal, wie gut die läuft, oder wie das aussieht. Und dann bring ich vielleicht mal demnächst Command & Conquer. Eins bis, äh... Also alle guten Teile. Mein Lieblingsteil ist der Tuberium. Der... Glaube ich, das war der dritte Teil. Ich bin mir nicht sicher. Fand ich am coolsten. Kann auch sein, dass der am schlechtesten gealtert ist. Müssen wir mal gucken. Vielleicht baue ich doch nochmal ein paar Zelte. Wie viele sind da drin? Vier Kolonisten pro Zelt. Grundeinkommen. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Bauen wir nochmal... ...Strom. Boah, ich kann doch Dreckhütte bauen, ich trottel. Das hab ich gar nicht gesehen. Ha, ha, ha. Lustig. Aber wir upgraden lieber, oder? Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. 782. Meine Güte. Meine Güte. Tausend. Ich find das ein bisschen blöd mit dem Bevölkerungszeug. Ja. Attention. Building completed. Man macht die erstmal alle weg. Attention. Building completed. Ja, ich meine, warum auch jetzt was anderes machen, weil das ist sowieso einer wichtigen Goals. Darum müssen wir uns unbedingt kümmern. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Die Hütte kostet... Attention. Building completed. Genau so viel, als wir uns upgraden. Attention. Building completed. Acht. Vier Kolonisten, zwei Arbeiter. Acht Kolonisten, vier Arbeiter. Sind das heißes? Davon vier, oder? Attention. Building completed. Vielleicht kommen wir doch besser weg, wenn wir bauen. Aber jetzt haben wir sowieso fast alles geupgradet. Guck mal. Geld geht hoch. Sehr schön. Attention. Building completed. Und 700. Komm bitte. 800 wenigstens. Ja, das nenn ich ein... Boah, das war auch ein großer Sprung hier. Oh, jetzt brauchen wir wieder Nahrung. Und Energie. Und Gold. Guck mal, 1000. Hehehe. Das wird mir so ein Handelszentrum. Ich meine, hier sind auch viele Zombies. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir den angreifen. Der verdorbene Körper dieser Person ist enorm angeschwollen. Seine dicke Haut macht es nahezu unverwundbar gegen kleinkalibrige Waffen. Also das bedeutet, dass wir viele Ballisten brauchen. Die Frage, wo der dann lang geht, das wäre natürlich blöd. Wir haben auch nicht mehr so viele Tage Zeit. Deutschland. D руки auf eine Art. ... ... ... Gibi, gibi, bibi, 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 oh das geht beides, das ist natürlich super. Egal die Bomben da oben sowieso jetzt nicht mehr. Wir brauchen Silo. Müsste dann fast schon reichen. Boah, hier. Guck mal. 64. Geil, oder? Was fehlt? Holz. Wir machen die Runde auf jeden Fall jetzt zu Ende. Diese Folge. So. Häuser. Warte, wir haben hier noch. Komm schon, wir upgraden. Also, wenn man die Zombies weglässt und wellen, dann ist das doch sehr entspannend. Besonders gefällt mir das Leben der Stadt. Also, ich finde das schön, wie die alle arbeiten und so. Also, es ist ein sehr gutes Spiel. Also, kann man nicht anders sagen. Es ist einfach nur Holz, was gerade zu wenig ist. Neunhundert. Ladies and gentlemen, neunhundert. Soll's. Was soll's. Tag 46. The train has arrived at the station. The train has arrived. Komm schon. Give me sie Holz. Und dann können wir die Palisten hier bauen. Ich weiß nicht, wie viele. Wirklich nicht. Ich weiß halt nicht, was der kann. Deswegen muss ich extra vorsichtig sein. Attention. Building completed. Ich muss noch hier bei Listen bauen. Nicht, dass der woanders lang gehen will. Lingieren. Attention. Building completed. Das waren fast alle Zelte, oder? Seht ihr noch irgendwo ein Zelt? Ihr seht bestimmt irgendwo ein Zelt, aber ich nicht. Deswegen sag ich einfach mal, das waren alle Zelte. Ihr seht sowieso immer mehr als ich. Okay. Ich glaube, wir müssen nochmal Strom bauen. Das könnte aber jetzt reichen. Attention. Building completed. Ich glaube, das reicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das gereicht hat. Wie viel Strom haben wir noch über? Drei? Oh, das ist nicht gut. Dann machen wir jetzt nochmal hier. Ah! Dann machen wir nochmal zwei Stromdinger. So. Oder so. So. Sowieso Holz ansammeln und so. Building completed. A new task. Attention. Building completed. Building completed. Attention. Building completed. Holz. Boah, ich bin echt gespannt, was der drauf hat. Attention. Building completed. Okay. Okay. Building completed. So, da kommen jetzt hier überall Ballisten hin. Da Ballisten, da Ballisten. Wir können auch ein paar Türme bauen, und zwar hier. Und da haben wir schon mal ein paar Ersatz-Türme. Da sind auch nochmal Ballisten. So, jetzt brauchen wir nur Holz. Und viele Ballisten. Wir können dann noch mehr Mauern bauen, aber... Na, drei. Dann hier noch zwei. Wenn ich das so mache, dann kriege ich keine mehr hin. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel der aushält. Nicht, dass die Soldaten alle drauf gehen, weil der so eine krass Reichweite... Boah, tausend HP. Komm, das reicht. Holen wir ihn. Soll er bleiben hier? Nicht, dass wir da... Los geht's! Okay, warte, warte. Wir holen alle, äh... Alle irgendwann überall raus. Okay, dann haben wir nochmal ein paar mehr. Okay, dann mal los. Boah, wie der rumläuft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Okay, es geht los, ladies and gentlemen. Er ist stehen geblieben. Ist der da stehen geblieben? Der will da nicht rausgehen, oder was? Das wär's ja gewesen, oder? Ach, lol. Guck mal, voll die Wurst! Und ich mach mir voll die Sorgen. Oh, aber der infiziert alles. Oh, nicht, dass er andersrum geht. Ach, der ist jetzt da und cool. Oh, und viele, der tötet. Oh, guck. Er ist zerfallen. Das war es. Nee, was schön. Mann, aber die Missionen dauern so... Ja, gut, was soll's, ne? Aber... Haben wir jetzt gewonnen? Vernichte alle Infizierte. Okay, dann los. Das ergibt natürlich Sinn, dass, äh, keine Wellen kommen. Gut, jetzt hab ich ein paar Verluste gemacht. Jetzt gehen alle auf Infiziertenjagd. Aber die sind ja auch hier gespawnt. Da unten ist nur einer hingegangen. Toll. Machen wir mal hier auf. Oh, die ist tot. So, jetzt reparieren wir mal. Aha. Sehr schön. Machen wir hier auch mal auf. Hier auch. Das find ich cool, irgendwie jetzt hier rumzulaufen und alles abzuknallen. Aber ich mein, die kamen doch vom Kartenrand, oder? Ich kann mich auch getäuscht haben. Jetzt müssen wir uns aber auch... Na gut, beeilen müssen wir uns jetzt auch nicht. Schaffen ja wohl da unten alleine. Das ist das Gute, dieses Suchen und Zerstören. Macht's einfacher. Das hätte ich jetzt eben schon die ganze Zeit machen können. Aber da hätte ich Gefahr laufen können, dass sie zu diesen blöden, großen Typen laufen. Guck mal hier, ganz wichtig bei der Bogenschützin. Hauptsache, die haben ja mit ihren großen Hupen noch aufs Bild bekommen, ne? Frauen in Computerspielen haben alle riesengroße Hupen. Und dabei fange ich davon aus, dass Frauen mit so riesen Hupen wahrscheinlich eher nicht talentierte Bogenschützen gewesen wären, weil die sind doch immer im Weg. So, los geht's. Macht sie alle fertig. Ja, geschafft. Meine Güte, Leute. Das war erstmal wieder alles von Day of Billions. Wir sehen uns wieder bei vielen weiteren Videos. Wie viele Folgen ich von dem Spiel mache, ist... Lass mich mal offen. Also, kann immer sein, dass das dann die letzte war. Ja? Aber, lasst euch überraschen. Guck mal. Es geht aber noch gut weiter, ne? Finde ich gut, wie gesagt. Die Kampagne ist bis jetzt nur zum Fehlen. Haut rein, Leute. Macht's gut. Chez mich bitte, wie gesagt. toparoo... Und dabei ist es Today. Was hat das. Szene